Das ist gut, wo weh, da brauche ich ja nicht anfangen. Oh, in Weed. Doch, nee. Das ist furcht, zu zauber. Mal. Alter, der ist echt geflasht. Keine Ahnung, was los ist. Hab ne 2 Sekunden drin. Kevin sagt gar nichts. Was? Alex, was los? Ich hab Bruder, bin dabei. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht so gepasst hat. Gehalt ist die Gans. Komisch. Sagt bei jemand was? Ja, alle, Alex. Ich muss graden. Jetzt kommt sich das Ding. Oh. 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 Nehmin. Den Dicken? Ja. Ich hab nur Nehmin verstanden, aber nicht, ob das jetzt eine Aussage war, oder? Ach, der eine. Lack. Oh. Oh, fuck. Lack. Ei. Gehalt ist. Elegant. Nehmin. Ich hab gedacht, ich komm doch. Nehmin. Na, was sag. Gut, alle. Die Idee war schon gut. Also so hab ich's auch gedacht. Nehmin. Nimm schön Dicken wieder. Ja. Ja. Zu larm. Nehmin. ich hab ein 1 1 ich geh mal weg bose sollen am zügigsten teils kaufen das ist schon relativ lang weg die main hatte flash ausgehen Ah, jetzt geht Brandlob. Ist ein Dicken wieder? Kann ich nehmen, ja. Kriegen die Dicken eigentlich mehr Geld mit der Zeit? Keine Ahnung, muss ich mehr drauf achten. Kriegen die Dicken. Kriegen die Dicken. Kriegen die Dicken. Kriegen die Dicken. Ich hab grad nicht geguckt, wieviel es gab. Hinter uns, hinter uns im Jungle. Morin. Oh. Er ist hier irgendwo. Äh. Gut. Gut. Der Gegengladet Weltteam. Nnnnnein. Pusch und dann. Trag. Nimmst du? Ach verdammt. Das war zu viel. Das war zu viel. Das war schon mal drauf. Höh. jewel. Sixam. Woll. das war das war wie ich dachte der ist weggelaufen dass ich den mir ist es es Brandy ist immer noch auf 4 keine Ahnung was der macht ganz knapp vorbei achso kann mein Ulti auf den Lizin besitzen achso ah verdammt ja der Auto Attack ging dann hin wir dürfen uns halt nicht proben lassen aber wenn du den einwiederholst fast schon wieder warte das ist eine arg offensiv irgendwie ich glaub der Jungler ist hier in der Nähe der Jungler ist da oben ah ok die sind das doch der Jungler ja und da ja ja da die sind der Jungler ist auf der top lane ja Ah Was? Nein! Na, konnte dich nicht mehr heilen Alex Hab kein Hegel Ah Oh, was macht denn der Munde hin? Ich töte Flash Hab kein Flash Dann Tschüss Der Munde ist ja Jungle Oder was? Ja, das ist die Mitte Was will ich Ulti, Marvin? Ja, hab ich Wohin? Dann schieß mal Richtung Munde Oh, der trifft, der trifft, der trifft, der trifft Nein! Ich kotze ab Schon der zweite, wo er so knapp vorbei ging Hehehe Ah, bitte Das war Dein schönes Snipe gewesen Überwindet Hehehe Kann ich von Glück reden, dass er das überlebt hat He Es war faul bei Berührung Ich habe die Ich habe das von Die Sehen Ich habe das Ja, das alles Ich habe das Borde mal ganz kurz, Alex. Oh, und das Wort. Halt dich. Ah, nimm du den nächsten. 14 gab es gerade. Achtung. Das ist eine von uns. Lass dir einen dicken wieder. Kaputchen. Push rein. Ah, wir haben da Wort. Ah, vergiss das. Komm nochmal. Ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen. Spüre seine Anführung. Ja. 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 So. Kann man schon mal. Der macht ihn halt so schnell, dass... Schö. 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 Er ist mean. Das war's für heute. Die Lastet ist halt so gut. Bitte? Lastet ist halt so genial. Es ist immer noch mehr Lastetrat als du. Ja. Na, wir sehen die immer noch gut ist. Holt die raus. Macht jetzt nicht so viel aus. Ich komm von der Seite, ich komm von der Seite. Alter. Ich konnte gar nichts machen. Wie? Wer hat Ding? Nein. Ich konnte überhaupt nicht machen. Ich war komplett gesilenced. Verkackt. Ich konnte null machen. Richtig verkackt. Richtig hart verkackt. Oh, die geben auf. Hä? Ja gut. Kann man schon mal machen. Okay.